Und ich? Wie werde ich in 10 Jahren aussehen? Da bin ich sicher tot. Realistisch, wenn man die Zukunft kennen würde. Mit ein bisschen Glück haben wir bald einen dritten Weltkrieg, in dem allen Hirnsöhnen um mich herum die Köpfe zerschmettert wurden. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.